Hallo, wir sind die Volleyball Cuisance aus Bühl und wir sind jetzt in der Vorbereitung und wir werden von dem 27. September bis zum 30. September in Gran Canaria gegen Gran Canaria Volleyball Cup spielen. Wir würden uns freuen, wenn die deutschsprachigen Bewohner von Gran Canaria und wir würden uns freuen, wenn die Vorbereitung von den Vorbereitung und die Vorbereitung sind wir von dem 27. September bis zum 30. September in Gran Canaria zu spielen. Wir wollen uns auch für die Einladung bitten, und wir können uns auch die Vorbereitung kennenlernen. Untertitelung des ZDF, 2020